Hallo mein lieber Steinbock, hier ist Tanja und das ist dein Tarotkarten-Reading für Dezember 2024. Was ich sehr gut finde ist, du hast zwei Münzkarten, das heißt, das entspricht genau deiner Energie, nämlich der Erdenergie. Deine erste Karte war schon gleich fantastisch, das Ast der Münzen. Hier kommt ein großes Geschenk vom Universum zu dir. Es kann sich handeln um einen Gewinn, ein Erbe, eine Gehaltserhöhung, ein Stipendium, um das du angesucht hast, ganz egal was es ist. Es ist ein Geschenk und du wirst dich riesig darüber freuen. Es ist eine richtig schöne Zeit, die jetzt auf dich zukommt. Dann haben wir hier die sechs Münzen. Das ist die Zeit der Ausgeglichenheit und der Gerechtigkeit. Das heißt, du gibst und nimmst im Gleichgewicht mit dem Leben. Wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der finanziell schwächer ist als du, hilfst du dem vielleicht. Und wenn jemand sieht, dass du finanziell schwächer bist als er, dann hilft dir diese Person vielleicht. Das heißt, das ist Karma irgendwo auch energetisch. Und da geht es darum, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das sagt dir diese Karte ganz eindeutig. Und dann haben wir für einige von euch noch die vier der Kelche. Ein paar von euch fühlen sich frustriert und gelangweilt im Dezember. Und zwar, weil ihr eine Sache in eurem Leben habt oder einen Menschen, der einfach nicht mehr zu euch passt, an dem ihr aber noch festhaltet. Das heißt, zum Beispiel, wenn du einen Job 20 Jahre lang gemacht hast und du hast das Gefühl, ich kann dort nichts mehr lernen. Ich habe alles, was es gibt, schon gelernt. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gehört. Bin der, done that, got the T-Shirt. Wenn du jetzt wirklich an so einem Punkt bist, dann ist es vielleicht Zeit, deinen Beruf zu wechseln. Warum? Weil du brauchst frischen Wind, frische Energie, einen Tapetenwechsel. Für andere von euch ist das vielleicht, dass ihr zu lange schon an einem Ort wohnt. Und dass ihr sagt, hey, ich brauche wirklich mal eine neue Stadt, eine neue Wohnung, einen neuen Platz, wo ich mich aufhalten kann. Weil der Alte, der trägt schon so viel, vielleicht nicht unbedingt negative Energie, aber vielleicht Erinnerungen, die für dich irgendwo traumatisch sind. Du hast einfach das Gefühl, ich gehöre nicht mehr an diesen Platz. Aber vielleicht weißt du noch nicht ganz, wo dieser Platz ist, an den du jetzt gehörst. Und da hilft nur eins, nämlich ausprobieren. Du musst diesen Schritt aus der Komfortzone wagen und es ausprobieren. Denn nur dann kannst du wissen, okay, da gehöre ich hin oder da gehöre ich nicht hin. Also versuch das Ganze mal probeweise zu machen. Was weiß ich, ein Beispiel. Du möchtest umziehen in eine andere Stadt. Wohn doch erstmal zwei, drei Wochen bei einem Bekannten oder in einem Hotel in dieser Stadt. Damit du ein Gefühl für diese Stadt bekommst. Damit du weißt, gehöre ich da wirklich hin oder nicht. Und das ist es, worum es hier mit dieser Karte geht. Auf jeden Fall hat das Universum hier schon einen neuen Kelch für dich vorbereitet. Man sieht das hier, da kommen lauter bunte Farben raus. Das heißt, dieser Tapetenwechsel, der wird stattfinden. Du wirst dann nicht mehr gelangweilt oder frustriert sein mit etwas, weil du dich einfach weiter bewegt hast. Du bist ja nicht so wie da hinten der Baum, der einfach irgendwo verwurzelt ist und dann dort bleiben muss. Du hast ja zwei Beine, um dich weiter zu bewegen. Ich wünsche dir damit einen schönen Monat Dezember. Lass ein Like unterm Video, abonnier den Kanal und bis bald. Tschüss.